Die wichtigste Aufgabe hier ist sicherzustellen, dass die Kinder zu Weihnachten ihre Geschenke bekommen. Das bedeutet, wir müssen frühzeitig planen, damit dann wirklich von jedem benötigten Artikel auch ausreichend Ware produziert werden kann. Wir haben den Anbieter gewechselt, als wir ins neue Büro hier umgezogen sind. Wir sind ein dänisches Unternehmen und haben grundsätzlich einen sehr offenen Zugang zur Kommunikation. Da haben wir also alle Verträge, alle Qualitätsmerkmale der einzelnen Anbieter nochmal verglichen und haben uns dann eben zum Wechsel zu Vodafone entschieden. Unsere Außendienstmitarbeiter sind die, die am meisten natürlich mit Mobiltelefonie zu tun haben und die haben ihre Auftragserfassung. Und die Technik von Vodafone oder die Mobiltechnik sieht man eben in allen unseren Laptops, die wir haben, wo die UMTS-Karten drinnen sind und natürlich in der Mobiltelefonie-Ausstattung. Was wir an Vodafone schätzen, ist ein einziger Ansprechpartner, ein kompetenter, eine gute Netzabdeckung, gute Sprachqualität. Wir versuchen hier eigentlich immer ganz an vorderster Front der Technologie zu sein, dass wir uns auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Und das war sicherlich auch der Kostenaspekt, der dazu geführt hat, eben zu Vodafone zu gehen. Die Spielwarenbranche ist sehr schnelllebig, da muss man einfach mit den besten Leuten zusammenarbeiten.